Es hätte nicht so kommen müssen, Asuka. Verdammt doch mal! Doch, das war unvermeidlich. Es war in mir. Es konnte so nicht weitergehen. Ich kann dich nicht mehr lieben, nach all dem, was du getan hast. Ob mit Schattengeist oder ohne. Ich kann einfach nicht, verstehst du? Ich habe dich immer geliebt. Mein Leben ohne dich ist wertlos. Was? Vergib mir. Ich vergebe dir. War es meine Schuld? Habe ich ihn so weit getrieben? Elaine, was redest du denn da? Asuka war am Ende eine Gefahr. Aber habe ich nicht eine Mitschuld daran? Habe ich ihn nicht immer genau wie das Monster behandelt, das ich in ihm gesehen habe? Jetzt ist es ohnehin zu spät für euch. Selbst wenn wir Asuka wiederbeleben würden, würde er doch nur genauso weitermachen wie zuvor. Lassen wir ihn ruhen. In der Ebene der Blutgeister. Vielleicht. Vielleicht irgendwann. Irgendwann holen wir ihn zurück und geben ihm noch eine Chance. Und dann werde auch ich ihn nicht mehr so verächtlich behandeln. Immerhin ist er der Grund, dass ich dich kennengelernt habe. Walna. Lass uns nur anfangen. Ein völlig neues Leben. Für immer glücklich sein. Nichts wünsche ich mir sinnlicher, Walna. Sie kommen. Viel Spaß in der Hölle. Verdammte Uhrensöhne. Was machen wir mit Asuka's Blutgeist? Lass ihn. Als einziger Blutgeist in der Ebene der Blutgeister hat er viel Zeit, um über seine Taten nachzudenken. Und irgendwann erlösen wir ihn. Wenn er denn für lauter Schmerzen denken kann. Und du bist da sicher, dass du die Tafel nicht nutzen willst? Weißt du, Walna, ich denke, die Steintafel ist zu gefährlich. Wir wissen nicht genau, was uns aber bewirkt. Er könnte die Welt wieder so verändern, wie wir sie kannten. Oder sie zu stören. Da ist diese Welt nun nicht mehr fremd für uns. Ganz im Gegenteil. Wir haben viele Orte gesehen, mit vielen Leuten geredet, viel erreicht. Wir kennen diese Welt genauso wie die alte. Du hast recht. Lass uns hier ein völlig neues Leben beginnen. Eine bessere Chance für einen Neuanfang werden wir nicht bekommen. Gut gesagt. Lass uns die Tafel vernichten und dieses Zauberbuch wiederfinden. Hier bekommen wir die Steintafel kaputt. Denn absichtlich falsch benutzen würde zu einer Weltumfarmung bei uns kommen. Immerhin haben wir reichlich Seelenenergie. Hm, dann gibt es nur eine Lösung. Wir müssen diese Hühle versiegeln, bis wir Jaina und Rauron wiederbeleben. Auf das nicht, wie jemand zu dieser Steintafel gelangt. Wir sind so tief unter der Erde. Ich denke, das ist sicher genug. Aber was, wenn das Buch auch noch hier ist? Das glaube ich nicht. In diesem Raum ist es nicht. Und irgendwo oben liegt es bestimmt nicht herum. Sicher haben die Eras es irgendwo anders versteckt, um es uns nicht auszuliefern. Stimmt auch wieder. Gut, dann los. Versiegeln wir diese Höhle und finden das Buch. Wie ging der Siegelzauber doch gleich nochmal? Ach, Walna, ich liebe dich. Wo ist die Vampir-Dämonen hin? Einfach gestorben oder so. Naja. Zwei Jahre später. Ich habe das jetzt aber nicht durchgespielt, oder? Es hieß doch, das ist nur eine Sequenz und danach kann ich nochmal weiterspielen. Da ist Ronak. So ein friedlicher Abend. Wie es Nürie und ihrem Clan wohl geht? Wir sollten sie bald mal wieder auf Schloss Farion besuchen gehen. Und nicht nur sie. Du hast recht. Wir waren die letzten Jahre so damit beschäftigt, alles wieder ins Reine zu bringen und Frieden in dieser Welt zu schaffen, dass wir uns kaum gesehen haben. Glaubst du, es war die richtige Entscheidung, unsere Vampire am Leben zu lassen? Es hat sich doch gezeigt, dass sie auch zu friedlich im Verhalten imstande sind. Damals haben sie uns geholfen, all das sie zu ermöglichen. Sie hatten es nicht verdient, dafür zu sterben. Und heute leben sie friedlich mit den Menschen zusammen und ernähren sich vom Blut der von uns in Leben gerufenen Spendervereinigung. Besser hätte es doch nicht kommen können. Natürlich gibt es hier und da noch Unruhen, aber die gibt es auch unter Menschen. Du hast recht. Jeder hat ein Recht zu leben, wenn er den Frieden akzeptiert. Denkst du manchmal noch an die alte Welt? Nein, denn ich weiß, wir haben das Richtige getan. Unser Leben hier ist kein bisschen schlechter als das Alte. Keine Waffen, keine bösen Mächte. Nur du und ich. Für immer. Das hast du schön gesagt. Wir müssen uns um nichts mehr Sorgen machen. Von den Steuernahmen dieses Schlosses können wir uns alles kaufen, was wir brauchen. Und auf die anderen Schlösser passen die Anführer des Clans auf. Der Clan des ewigen Friedens macht seine Aufgabe gut. Zusammen mit uns werden sie dafür sorgen, dass keine niederträchtige Macht diese Welt je zugrunde richten wird. Lass uns unser Leben genießen. Wir haben noch so viel vor uns. Das, was wir erlebt haben, war nur ein dunkler Teil unserer Vergangenheit. Von nun an wird alles besser. Frieden. Ist es das, was die Welt braucht? Ist es das, was die Welt will? Zur selben Zeit im Hauptquartier des Clans auf Burgfaren. Also dann, eine weitere Woche, eine weitere Besprechung. Juhu! Lady Nürja, wann werdet ihr euch endlich etwas Disziplin aneignen? Jede Woche dasselbe mit euch? Nürja, bitte. Auch wenn du die Clans-Besprechungen niemals lieben müsst, versuche als unsere Anführerin etwas Motivation zu zeigen. Für mich. Naja, schon gut. Was steht heute auf dem Plan? Ähm, nun, in Ilan hat ein Vampir kürzlich versucht, eine junge Frau im Schlaf etwas Blut auszusaugen. Er sagte zwar, er war betrunken, aber der Alkohol bei Vampiren nicht wirkt, ist diese Aussage äußerst fragwürdig. Außerdem benötigt Schloss Raka weitere Truppen für das Absichern des Älreswaldes. Des Älreswaldes? Warum bewachen wir denn eigentlich? Die Hülle ist doch fressenfest versiegelt. Und wofür zum Geier braucht ihr noch mehr Männer? Blöde Fragen? Zum Jahn natürlich. Ha! Die Wehlen am Schloss Raka sind so sicher und langweilig. Da furzt nicht mal Älres. Alter, jungen mal wir die ganze Zeit uns die Zeit zum Vertreiben. Oh, Annabelle. Wie bitte? Ihr verschwindet unsere Sussen aufs Jagen? Hatten wir das nicht schon mehrere Walle, Anna? Ach, komm schon. Du bist der verdammte Späserinjörer. Imok, Jung! Nichts, der Kleine hat wichtigere Aufgaben. Ich mag aber! Alex, bring Annabelle bitte auf das schnelle Zimmer im Echturm. Sie braucht eine Hauszeit. Ja, meine Lady. Na kommt, Lady Annabelle, ihr könnt den Weg. Menno, wie hast du die? Glaubst du, sie beruhigt sich wieder? Ganz bestimmt. Und dann kommt sie wieder mit Tränen in den Augen zu mir und sagt, dass es mir ganz so leid tut. Das ist doch immer so. Also dann, weiter im Text. Natürlich. Die Errichtung der Burg in der Nähe von Silas geht gut voran. Wir sollten bald... Von wem kommt das? Tut uns leid. leid. Ah, okay. Wir waren noch beim Jagen und Papa ließ sich einfach nicht losreißen. Aber ich hatte diesen Eisbären fast. Noch ein, zwei Minuten. Stell jetzt, Papa. Hab mir viel verpasst. Nein, wir haben wie immer mit den wichtigen Angelegenheiten gewartet, bis auch ihr euch die Bäre gebt. Ah, wie nett von euch. Also, ich bin ganz hoher. Jena, ich glaube, wir wurden gerade unterschwellig kritisiert. Und wie sind mir die Kinderherzen gelungen? Ich habe diesmal ein Rezept ausprobiert, das mir eine Vampirköchin in Mirana empfohlen hat. es ist lecker. Bedrückt dich etwas an? Der Merlin. Lüder, findest du nicht, es wird langsam Zeit, mal umzuziehen? Ein schönes Haus am Strand zum Beispiel oder eine Hütte im Wald? Aber warum sollten wir umziehen? Dieser Turm bietet doch alles, was wir brauchen und ein eigenes Schlafzimmer haben wir auch. Außerdem ist es hier viel sicherer als in einem Haus. Ja, aber dafür laufen hier überall Monster rum und ich trete ständig in deine Fallen. Aber die Monster tun uns doch gar nichts. Magst du sie etwa nicht? Das... Das ist hier nicht das Problem. Schau, wenn wir ein schönes Haus hätten, könnten wir ja vielleicht auch an Kinder denken. Ich hätte gerne eine Tochter. Aber wir können doch eh keine Kinder kriegen. Nicht mal wenn wir noch Menschen wären. Ach, du bist so verdammt unromantischer Lüder. Aber was habe ich denn falsch gemacht? Und die Diebinnen in Faro-Osters-Pyramide. Los Mädels, hier muss etwas sein. Wir haben uns nicht umsonst bis hierher durchgeschlagen. Diese Pyramide war gut versteckt. Da kann niemand vor uns hier gewesen sein. Oh doch. Wir müssen uns doch die Freiheit, die uns geschenkt wurde, nutzen, indem wir das tun, was wir am besten können. Stiehlen, stiehlen, stiehlen! Die Merget, die ich schlischerweise verdächtigt hatte. Ich will endlich zu Mama nach Hause. Ja, auf, zu rollen, Merget, sonst ziehe ich deinen Sarg wieder in die Sonne. Was? Wo ist sie gemeint? Oh nein, bloß nicht. Das hat ganz schrecklich gebrannt. Du bist zu gemein, Nadine. Mund halten und stiehlen! Strecken könnt ihr später. Jawohl, Mom. die arme Merget, und wir hatten sie verdächtigt. Welche Stimme hatte der Bo nochmal? Das ist glaube ich schon 200 Folgen her, dass ich sie zuletzt benutzt habe. Und Boss, welchen Auftrag hat der Clan diesmal für uns? Hoffentlich was lukratives. In letzter Zeit war es so friedlich, da fiel für uns nichts ab. Keine Sorge, in nächster Zeit haben wir wieder alle Hände voll zu tun. Wir begeben uns nach Schloss Raka und werden dort die letzten noch lebenden Elras jagen. Na endlich, das klingt nach meinem Einsatz nach meinem Geschmack. Wird Myria auch gut zahlen? Darum braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Meine Töchter haben jedem Söldner ins Leben der Clan des ewigen Friedens. Das Essen hier ist köstlich. Danke für die Einladung, Darcius. Aber bitte, für meine geliebte Mademoiselle ist mir nichts so teuer. Wenn du das Essen ihr schätzt, können wir gerne jede Woche ihr Essen. Ihn, warum wolltest du eigentlich unbedingt nach Genus ziehen? Was für eine Frage, natürlich wegen den ganzen reichen, ich meine wegen der reichen Natur und den besauberten Vogel Gesängen. Ja, ich mag die Gegend auch sehr und darum hab ich dich so gern. Du hast den Sinn für die wirklich schönen Dinge. Ui, ich kann mir wirklich nichts schöneres vorstellen, als die Tiere dieser Stadt mit meinen Gaben zu erleichtern. Nun, außer vielleicht meine Mademoiselle bei Nacht. Nicht so laut, wo sollen denn die Leute denken? Sollen sie denken, was sie möchten? Solange du glücklich spießt, ist es mir gleich, Sina. Du bist ein Dunkkopf, aber ein Lieber. Lass uns unsere Freundin demnächst mal wieder besuchen, dann kann ich die Blumen pflegen, die ich im Innenhof gepflanzt habe. Aber sie scher und ich werde der Olden Elaine erneut meine Aufwartung machen. Dertius! habe das Spiel jetzt eigentlich wirklich durch? Bitte wird jede Stadt mit Blut versorgt. Wir landen nicht arbeitslos auf der Straße. Irgendwann werde ich mich aber auch gerne mal zur Ruhe setzen. Vielleicht in einem schönen Turm. Lieber in einem Haus am Strand oder eine Hütte im Wald. Das wäre schön. wie sich alle hinter den Fässer verstecken und zuschauen. Sie stehen da jetzt seit fast fünf Minuten und sterren sich nur an. Ich dachte die Kommandantin wollte heute klar am Tisch machen Xaria. Sch gib ihr Zeit. Du kannst dir nicht vorstellen wie viele intensive Sitzungen der Vorbereitung das hier gebraucht hat. Sie sagte schon noch. Ob nun ein Mensch oder er die Liebe ist und bleibt noch immer die größte Herausforderung im Leben einer jungen Frau. Schätzchen. So ein ausgemachter Blödsinn Keres. Du solltest dich mal wieder hören. Mal reden hören. Ihr führt euch hier wie kleine Kinder auf. Außerdem verletzt ihr die Privatsphäre der beiden. Es hält dich niemand davon ab, wieder deinen Pflichten nachzugehen, du Spießer. Und mir diese Schein gehen lassen? Wohl kaum. Seid leise, ich glaube mal, Jara sagt etwas. Die Nikolas. Ja? Also, die Sache ist die ich Ja? Sieht euch nur an, wie starr der Bürgermeister ist. unser großer selbstbewusster Nikolas. Mama, was macht die Kommandantin da? Ich glaube, das weiß sie selbst nicht so genau, Liebes. Ich mag dich, Nikolas. Schon seit wir kleine Kinder waren. Ich verstehe es nicht. Ah, ach, ach so, ich, ich mag dich auch, Miara. Wirklich, Nikolas? Natürlich mag ich dich, Miara. Du bist meine beste Freundin und du machst hervorragenden Tee. Und eine gute Kommandantin bist du auch. Wenn es dir Kraft gibt und dich glücklicher macht, sage ich dir von jetzt an jeden Tag, wie sehr ich dich als Freundin schätze. Autsch. Das gute alte als Freundin. Ja, ja, arme Miara. Lass mu's wehtun. Ich sehe viele Therapiestunden in den nächsten Wochen auf mich zukommen. Ist etwas nicht in Ordnung, Miara? Ob etwas nicht du bist so ein Idiot? Aber was habe ich falsch gemacht? Trottel, du hast noch viel zu lernen, Bürgermeister. Falls du Hilfe brauchst, ich hätte demnächst noch ein paar Termine frei. Der eine hängt da oben an irgendwas fest und kann nicht mehr weiter nach oben breiten. So ein Bug. Aber 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 Keine Sorge Bürgermeister, ich begreife es auch nicht. Die haben Miara. Das Kind ist so lustig.